Die Pianisten sind meistens unzufrieden, weil sie sagen, könnte dies noch ein bisschen besser spielen und man hätte das noch anders machen können. Soll der Ton so machen oder soll der Ton so machen? Soll der Ton so machen? Ich würde gerne beides. Es gibt Pianisten, die achten unglaublich auf eine Gleichmäßigkeit des Instrumentes. Das ist die große Schwierigkeit, deshalb muss man ständig dran sein. Das ist faszinierend. Wenn er sagt, das ist wunderbar, Frage, dann kann ich mich warm anziehen. Eine Frage. Tut mir leid, die dreht euch. So, ich spiele jetzt. Ich habe einen ganz schrecklichen Traum gehabt. Und so habe ich geträumt, dass eine Seite gerissen ist. Ich habe einen ganz schrecklichen Traum gehabt und so habe ich geträumt, dass eine Seite gerissen ist. Ich würde gerne berenen, wenn sie noch eines Schluck war. Ja, bitte damit ich mich Due ein wenigstens. Stellen wir schon mal. Entschuldigung! Werchen esseoni podcast hat ohne Herr Wovo Luanamblingações klappt.